Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Offline Q&A. Wie auch schon beim letzten Mal habe ich euch in der Community-Tab eben in meinem Kanal die Möglichkeit gegeben, mir Fragen zu stellen. Knappe 10 an der Zahl habe ich. Sollte also nicht zu lange dauern, aber keine Ahnung, wird es sich zeigen. Okay, fangen wir einfach direkt mit der ersten Frage an von Denatsu. Deine aktuellen Lieblings-Inia-TBS? Und wenn du schon meine Lieblings wissen willst, dann sind es die, die ich am meisten eben per Privat nutze. Und es wären, ja, zu viele Überraschungen, die One More Stylish. Und das eben aus dem Grund, weil ich eigentlich momentan TBS nur nutze beim Biken. Das heißt, ich brauche etwas, was sehr, sehr sicher ist, was mir eine gute Bedienung eben nicht mit Touch ermöglicht, wo ich eben ganz sicher weiß, was ich bediene, mit einem ordentlichen Klang und einer guten Akku-Laufzeit. Aber das ist jetzt weniger wichtig. Wichtig ist wirklich nur eben der Sitz und die Bedienung. Und da machen es eben die One More so gut, weil die haben durch den Flügel einfach einen sicheren Sitz. Ich kann sie mit dem Knopf gut bedienen, ohne sie mir jetzt ins Ohr zu drücken. Für das Biken, wo ich nebenher sowieso nicht allzu laut höre, langt die Lautstärke und der Klang mehr als genug. Und auch die Akku-Laufzeit, weil so eine Fahrt bei mir dauert meistens so zwei bis drei Stunden. Und das halten die locker sogar doppelt. Aber das ist dann kein Problem. Wobei ich sagen muss, was ich noch öfter und gerade länger nutze, eben gerade bei der Arbeit, so nebenher für Podcasts meistens und so, sind die One More Bullets 2 Wireless. Die sitzen gut, bequem, sitzen sicher. Ich finde, das nackt man einfach praktisch im Alltag, weil wenn ich es mal rausnehmen muss, dann hängt es. Da muss ich nicht wirklich aufpassen, dass ich es irgendwo weglegt. Akku-Laufzeit ist megamäßig, langt man locker für zwei Tage und wenn nicht, kann ich sie innerhalb von zehn Minuten aufladen. Bedienung finde ich praktisch eben mit der am Kabel dran. Das sind meine Lieblingsdinger. Wenn ich jetzt eigentlich vom Klang ausgehen müsste, da gibt es natürlich andere. Da werden die Mifo 07 zum Beispiel besser. Die sitzen aber bei mir ein bisschen zu abdichten, weil das Gute bei den zwei Vorerwähnten ist einfach, dass sie nicht zu stark abisolieren. Heißt, ich kriege von der Außenumnehmung ein bisschen mehr Wart. Das ist mir gerade beim Biken wichtig, wobei ich da eigentlich immer nur einen drin habe. Mit zwei fühle ich mich zu entklammert, weil ich will ja auch die Straße hören, Keys und so weiter. Da will ich das nicht komplett abgegrenzt haben. Und vielleicht die Cambridge Audio Melomania 1, auch vielleicht die Sony WFX 1000 XM3. Aber ja, die haben jeweils ihre anderen Schwächen, die ich in den Tests ja schon erwähnt habe. Deswegen komme ich da jetzt nicht allzu sehr drauf. Okay, zweite Frage von Micho Polzka. Wieso nehmen Hersteller nicht einfach zum Beispiel dreimal den Hauptkamerasensor und verbauen den jeweils mit drei verschiedenen Linsen, sprich Weit-, Ultraweitwinkel und Tele? Ist das technisch nicht möglich oder ist es tatsächlich unbezahlbar? Verstehe nicht, wieso immer bei anderen Sensoren Abstriche gemacht werden. Wäre doch attraktiver, wenn der Hersteller nur einen Sensor optimieren müsste. Und jetzt könnt ihr mich gerne korrigieren. Ich weiß es nicht so genau. Und man könnte im Prinzip denken wie bei einer Kamera. Man hat eben die Kamera mit dem Sensor und hat verschiedene Linsen. Ich glaube allerdings nicht, dass das so bei Handys funktionierte. Denn da ist meiner Meinung nach so, weil ich das einfach mir vorstellen kann und auch weiß, dass der Sensor automatisch die Linse beinhaltet. Und wenn wir jetzt diesen typischen 48 Megapixel Sensor haben, der gerade relativ oft verbaut wird, da ist eben eine Linse drauf. Es ist jetzt vielleicht nicht nur die eine, aber es gibt vielleicht ein paar Variationen, wo jetzt zum Beispiel der Hersteller des Sensors sagt, ihr kriegt da zwei, drei verschiedene Varianten mit verschiedenen F-Stops und so weiter. Aber das Paket selber ist meistens relativ eng. Und ich glaube nicht, dass man einfach auf diesen 48 Megapixel Sensor jetzt einen Weitwinkel drauf oder einen Ultraweitwinkel drauf packen könnte oder auch Tele. Da gibt es meiner Meinung nach, glaube ich, wieder optimiertere Sensoren. Und wie schon gesagt, das ist alles nur Spekulation. Und wenn das so wäre, dann würde das für mich auch erklären, wieso gerade die Dinger so viel teurer werden. Weil eben das extra angepasst werden muss. Und ich glaube halt nicht, dass die einfach nur einen Sensor nehmen und den dann optimieren könnten mit verschiedenen Linsen. Weil dieser 48 Megapixel Sensor ist wahrscheinlich so gemacht, dass er für Normalwinkel funktioniert. Und bei Weitwinkel müsste man den sowieso schon, glaube ich, oder bei Tele komplett anders eben optimieren. Deswegen, seine Idee klingt logisch, klingt auch cool. Aber ich glaube nicht, dass diese Mini-Sensoren plus eben Linse oder was auch immer genau, ob das ein Ding ist oder ob das Modular ist, dass das so eben nachvollziehbar auch ist wie bei einer Kamera. Glaube ich nicht. Hört sich so an, würde es hintergeben. Aber in der Realität, glaube ich, ist es einfach ein bisschen anders. Weil man sieht komischerweise, die Ergebnisse sind immer zu ähnlich. Weil jeder 48 Megapixel Sensor hat im Prinzip den gleichen Winkel. F-Stopp ist ein bisschen... Deswegen, glaube ich, gibt es da schon kleinere Variationen. Oder es liegt von Hersteller zu Hersteller einfach daran, dass die ein bisschen anders sind. Aber ja, denn auch preislich wird es Sinn ergeben. Zum Beispiel, überlegt mal bei so einer Kamera, ein normales Objektiv oder gerade die Kit-Lens kostet 200-300 Euro. Und dann allerdings wollt ihr mit einem größeren F-Stopp oder einem dann gründlich größeren Winkel und so weiter, wird das Ganze dann gleich im Multiplikator-Faktor deutlich teurer. Habe ich schon gesagt, könnt ihr mir gerne sagen. Dann von J.U.K. Bavaria. Mich würde interessieren, ob du den Hi-Fi Man D war als sinnvolles Upgrade für meinen HD 58X, das ist ein Sennheiser Kopfhörer, betrachtest oder soll ich den Sennheiser lieber einen BTR 5 spendieren, wenn ich per Bluetooth hören will? Ich habe ihm schon geantwortet, habe die Antwort allerdings gelöscht, weil ich nicht gesehen habe, dass das eine Frage für die Q&A war. Deswegen möchte ich das Ganze nochmal ein bisschen genauer erklären. Ich glaube, die bessere Wahl aus meiner Sicht ist es, den BTR 5 zu kaufen. Einfach aus dem Grund, weil ihn das nur 100 Euro extra kostet, zunehmend schon wirklich guten Kopfhörer, den er schon hat. Der DEWA wären 250 Euro mehr als der BTR kosten würde, also knappe 350 Euro. Und zudem habe ich schon oft gesagt, dass wenn man sich zwei Kopfhörer kauft, diese jetzt nicht unbedingt ein krasses Gegenteil sein sollten, aber ein größerer Unterschied. Also zum Beispiel einen hochqualitativen, geschlossenen und dann vielleicht als Gegen-Konterpart eben, Gegen-Konterpart, einen wirklich guten Offenen. Und da glaube ich einfach, ist der DEWA nach dem, was ich von Leuten gehört habe, wie der klingt zu nah an einem HD 58X dran. Ich weiß nicht, ob er identisch klingt oder wie nah dran sie wirklich sind, aber ähnlich. Gerade auch, weil beide offen sind und deswegen glaube ich, ist er mit dem BTR 5 besser dran. Dann hat er genauso die Flexibilität, hat er halt nicht ganz so den Komfort, weil er ein Kabel drin hat. Aber der DEWA, wenn ich ihn dann endlich mal kriege, was hieß Anfang September der Fall war, wobei ich hätte ihn schon vor Monaten kriegen sollen, ist nicht der Fall. Hoffe ich mal, dann kann ich mehr sagen, aber der Safe-Weg wäre nur 100 Euro zu investieren. Und der HD 58X, gerade wenn leicht gemordet, was ich vor kurzem erst gemacht habe und bereue, dass ich es nicht früher gemacht habe, ist ein absolut brillant klingender und ist auch aktuell sogar mein meistbenutzter oder häufigst genutzter Kopfhörer. Ich nutze den, wenn ich irgendwie ein Video schneide, gerade permanent immer und so weiter. Komischerweise weiß ich nicht, wieso ich nicht meine Aneinander dafür anziehe. Weiß ich nicht, ich kann es echt nicht erklären. So, Franz Brehm hat gleich vier Fragen gestellt, wir beantworten jede einzelne. Erste Frage ist, On-Ear bis 150 Euro. Mir ist es wichtig, dass der Klang klar ist. Ich höre gerne R.E.M. als Referenz. Ich würde sagen, Rock, Indie, Pop, Ballade. Mir ist die Stimme sehr wichtig beim Sänger und Sängerin. Ich bevorzuge Kabelgebunden. Kabelgebunden ist schon mal immer gut und da würde ich ihm empfehlen, noch ein bisschen mehr zu zahlen und dann eventuell den Biodynamic Avento zu kaufen. Den gibt es für 220 Euro, ist ein bisschen mehr, ich weiß. Und der ist jetzt nicht unbedingt mega klar, aber klanglich absolut top und ist halt einer der wenigen On-Ears, der mir wirklich gut gefällt. Ich habe zum Beispiel mal einen von Samsung probiert vor einer ganzen Weile, auch mal einen von Ultrasonen, die auch preislich hinkommen würden, aber die sind bei weitem nicht das Level. Gerade durch den Tesla-Treiber und allgemein der Biodynamic. Das bisschen mehr sollte man noch zahlen, dann ist es das auf jeden Fall wert und das Ding ist echt klasse und eben auch bequem. Zweite Frage, gibt es einen Lautstärke-Verstärker bis 50 Euro für Smartphones, von dem du weißt und den du empfehlen kannst? Ich hatte selber den vielleicht von Creative, dann hatte ich vielleicht bei ein, zwei in der Vergangenheit, aber nichts, was mir jetzt direkt in den Kopf stößt und wo ich auch sagen könnte, das könnte ich empfehlen. Meistens würde ich sagen, zahl ein bisschen mehr. Persönlich würde ich sagen, wenn es eh nur für das Smartphone ist, dann kauft ihr lieber so ein BTR 5 von Fio oder so ein IA Studio ES100 und nutzt ihn über Bluetooth. Dieser Unterschied, portable, wenn du unterwegs bist, spielt keine Rolle. Dafür hast du eben das Praktische, dass du das Handy nicht mit irgendeinem Gerät verbunden haben musst, aber die Power kriegst, den Klang kriegst, eben auch Bedienung und so weiter. Das ist meine erste, weil die Kosten an Jahrhundert Euro ist mehr als 50 und ich bin mir sicher, dass es für 50 schon relativ viele Gute gibt, aber ich halt keinen davon getestet habe und ich will da nicht einfach jetzt ins Blaue irgendwie hinein empfehlen. So, dritte Frage, kennst du eine Equalizer App, wo ich von dem Smartphone die Höhen und Tiefen besser einstellen kann als Standard? Da einfach jetzt mal raus, die Community, wenn ihr was habt, dann bitte raus damit, weil ich hatte mal eine Equalizer App, hab die allerdings vor Ewigkeiten gelöscht, weil meine Handys immer welche standardmäßig dabei hatten von OnePlus und deswegen weiß ich nicht mehr genau, wie die hieß. Die hieß irgendwas mit Equalizer, keine Ahnung was, hatte auch glaube ich bis zu 10 Bänder, aber wenn, nutze ich sowieso keinen persönlich. Deswegen, ich habe, wenn ich einen brauche, eben im Handy und wenn meistens sowieso nicht genutzt, dann ist es für mich egal, aber es gibt genug Apps. Meistens haben auch die Player welche drin, wenn er es aber zum Beispiel jetzt einen Streaming-Service nutzen will, die die eben nicht haben, dann bräuchte er was. Es gibt sehr, sehr viel, aber ich habe keinen aktuellen einfach genutzt schon länger, dass ich jetzt da irgendwas empfehlen könnte. Deswegen, die Frage lasse ich euch über. So, für die Frage, ich ärgere mich über Akkus allgemein, hast du im Bereich Smartphone oder andere kabellose Geräte, Information oder Projekte mitbekommen, die das Problem von Akkuverschleiß lösen oder generell deine Meinung, zum Beispiel, was hältst du von Induktionsladen? Persönlich habe ich nichts gehört, persönlich habe ich nicht so das Problem, wobei in letzter Zeit, gerade wo ich meinen Oneplus jetzt viel mit Bluetooth nutze, viel zum Navigieren nutze, beim Biken und für sonstige Dinge, jetzt auch gerade zum Streamen, über Title, über meinen Streamer und so weiter, merke ich, das Ding schluckt deutlich mehr Akku und da hätte ich gerne mehr, wobei, er geht ja eher vom Akkuverschleiß aus, persönlich, die Handys, die ich meistens so zwei Jahre nutze, in den zwei Jahren ist mir noch kein wirklich nennenswerter Verschleiß aufgefallen, deswegen kann ich das weniger beurteilen, es wäre schön, Induktionsladen ist nicht der optimalste Weg, gerade wenn es eben ein hochwattiges ist, weil es dann eben Verschleiß nochmal erhöht, aber eventuell, ja, also da kann ich auch nicht viel zu sagen, habe ich auch nicht wirklich große Meinung zu, ich mache mir da nicht so viel in den Kopf über Dinge, wo ich nicht wirklich Kontrolle groß drüber habe. So, G-Master, wann hast du denn vor, dein OP7 Pro Upgrade zu gönnen oder dir eins zu gönnen, beispielsweise kommt bald eventuell wieder Smartphone Reviews auf der Suche nach einem Nachfolger, liebe Grüße und danke für deine Videos. Ich habe das beantwortet schon, aber ich sage es nochmal, momentan sehe ich keinen wirklich guten Grund, ja, nach knapp jetzt schon eineinhalb Jahren habe ich so wieder den Reiz ein bisschen, aber wenn ich mir eben gerade so die letzten Handys ansehlich getestet habe und das war eigentlich nur das OnePlus 8, das ist Nord und jetzt auch das Xiaomi Mi 10 Ultra, habe ich aber allerdings jetzt zum Beispiel mit ROG 3 oder Zenfone 7, aber die sind dann größer, ich will eigentlich als nächstes Handy wieder ein kleineres, deswegen überlege ich da vielleicht ans 8T, will aber persönlich einfach selber 120 Hertz, hätte gerne wieder ein Kopfhörer rausgekommen, wobei der muss nicht sein, weiß gar nicht, wie soll ich das jetzt überhaupt erwähnt habe, und das wird sehr, sehr schwer zu bekommen, das 8T könnte das sein, aber ob das 8T am Ende des Tages genug ist, dass ich mir ein Upgrade gönne, weil, ja, ich würde es zum Beispiel, gerade wenn ich nur ein Plus hole über Trading Shenzhen, dadurch, dass ich eben, wenn ich dort Geräte teste, ab und zu auch günstiger kriege, das relativ günstig bekommen, aber ich sehe keinen guten Grund und gerade wenn ich die ganzen anderen Handys sehe, die momentan so draußen sind, bieten die nichts, was mein OnePlus nicht auch bietet, die Upgrades sind zu gering, also wenn, dann würde ich glaube ich lieber, und das werde ich wohl auch machen, bis nächstes Jahr warten, nicht wegen dem Prozessor oder so, aber einfach vielleicht, weil dann die Kamera schon unter dem Display ist, was jetzt auch nichts Wichtiges ist, aber weil die Akkus dann vielleicht noch größer werden im Verhältnis zum Handy, und wer weiß, vielleicht besinnen sich ja mal, die Hersteller war, weil ich allerdings bezweifle und fange mal wieder ein paar öfter mal kleinere Handys rauszubringen, zum Beispiel Sony Xperia 5 II, werde ich wahrscheinlich auch testen, ist ja wieder mal kleiner, hat sogar den Kopfhörerausgang, den ich ja gerade schon erwähnt habe, der allerdings wirklich keine echte Rolle für mich spielt, hat als Stereo-Lautsprecher und so weiter und so fort und ja, das ist eins von sehr, sehr wenigen, doch sogar, muss ich sagen, interessanten Geräten. So, dann von Illad P hat Covid-19 die Funktion Entwicklung von Produkten im Technikbereich langfristig verändert. Das ist eine Sache, wo ich nur spekulieren kann, wie wahrscheinlich jeder andere, weil langfristig können wir noch nicht beurteilen und ich habe auch keine näheren Infos dazu, glaube ich, nach dem, was ich mittlerweile so sehe, eigentlich weniger als erwartete, denn GoPro kam jedes Jahr im Oktober, kommt auch dieses Jahr im Oktober, die Sony war schon länger angedacht, kam jetzt auch raus, zum Beispiel die Kamera und die ganzen AV-Receiver, die Kameras, die Beamer, die Fernseher, die Monitore, die Smartphones, das ist alles eigentlich, weil es natürlich schon länger geplant wurde, gar nicht mal groß verändert rausgekommen, deswegen glaube ich, hat es der Markt eher gepacktes zu beherrschen, deswegen sage ich mal, langfristig verändert, vielleicht ja, aber deutlich geringer als vielleicht gedacht, vielleicht im Hintergrund hat es größere Veränderungen gegeben, aber ich glaube, der Endkunde kriegt davon gar nicht mal so viel mit, ja und die letzte Frage von Roboter mit Zempf, arbeitest du nebenher oder machst du YouTube hauptberuflich? Und das finde ich cool, dass er sagt, arbeitest du nebenher? YouTube ist nebenher, YouTube ist mein Hobby und arbeiten tue ich nicht nebenher, also nebenher, neben YouTube schon, aber das ist mein Hauptberuf, also weil nebenher klingt, als ob es der Nebenpart wäre, aber es ist ja der Hauptpart. Ne, also von YouTube leben kann ich absolut nicht, ich kann es euch auch relativ, ehrlich sogar sagen, also vorsteuern kriege ich momentan von YouTube plus Amazon, wobei Amazon gerade momentan überraschenderweise höher ist, als es die letzten sechseinhalb Jahre war, also die letzten drei, vier Monate sind ein bisschen stärker, keine Ahnung wieso, wenn das allerdings wieder runterfährt, fährt es runter, aber da bin ich so grob mit beidem Vorsteuern, wie schon gesagt, bei knappen 1000 Euro, das langt nicht zu überleben, vor allem, ihr müsst ihr überlegen, wenn ich eben das hauptberuflich machen würde, dann müsste ich davon ja auch noch meine Krankenkasse und so weiter und so fort zahlen, also langt bei weitem nicht, ist ein schöner Nebenbonus, wobei das ganze Geld gebe ich nahezu im Prinzip für wieder weitere Investitionen ein, ob es jetzt zum Beispiel demnächst nochmal ein Verstärker ist, den ich fürs Lautsprechertesten haben will oder erst vor kurzem, gerade was ich noch planen ist zu kaufen, einen weiteren Kopfhörerverstärker der Mittelklasse, dass ich das besser testen kann, einen Deck letztens hast und so weiter, also wirklich was gewinnträchtig für mich, behalte ich eigentlich nicht, also im Prinzip alles, das habe ich aber schon oft genug gesagt, was ich mit YouTube mache, läuft doch früher oder später wieder in YouTube rein, also es ist nicht so, dass ich jeden Monat jetzt 1000 Euro wieder ausgebe, aber vielleicht jede 3-4 Monate dann eben was, teilweise auch größeres Kauf, ja gerade das Equipment für das Lautsprechertesten wird wahrscheinlich ein bisschen teurer, von daher würde ich YouTube gerne hauptberuflich machen, nein, einfach aus dem Grund und das ist mir letztens erst nochmal bewusst geworden, weil jetzt mein Hauptjob eben in Gefahr ist, weil meine Firma eben alle Leute, die eben produktionell schaffen, also ja im Prinzip die ganze Fertigung, Produktion und so weiter wird im Prinzip Ende nächsten Jahres stillgelegt, nur noch Entwicklung da und ja, deswegen habe ich da überlegt, wenn das weg ist, natürlich überlege ich auch, woanders oder aber, das ist halt das, ich habe jetzt nach ungefähr, wie lange sind es, 18 Jahre, wo ich jetzt dort arbeite, eben in der Montage, überlegt, dass ich nicht mehr wirklich Lust drauf habe, denn damals, als ich die Lehre gemacht habe, als ich den Job ausgesucht habe, war das okay, habe auch ordentliches Geld verdient, aber wenn ich jetzt halt überlege, jetzt müsste ich ja im Prinzip eine neue Firma mir suchen, einen neuen Arbeitsplatz und neue Umgebung eben mit Mitarbeitern und so weiter, dann dachte ich mir, wenn ich schon das sowieso machen würde, würde ich am liebsten was komplett Neues machen, was komplett Neues ist allerdings ein bisschen eine schwere Sache und in dem Zuge habe ich überlegt, YouTube vielleicht eben, also überlegungsweise, wie es denn wäre Fulltime und dann habe ich einfach schon wieder gemerkt, wenn ich so verschiedene Anfragen kriege von verschiedenen Herstellern, Shops und so weiter und so fort, ne, ne, also meine Meinung wäre, ob ich es will oder nicht, einfach ein bisschen beeinflusst, weil es ist einfach so, dass positive Tests besser ankommen und positive Tests auch gerade über Affiliate und so ähnlich einfach mehr verkaufen und dann würde ich und und deswegen kommt es für mich auch nicht in Frage, aber es würde wahrscheinlich früher oder später passieren, dass wenn ich zum Beispiel, das ist hauptberuflich mache, dann hole ich mir Geräte, wo ich eben weiß, die kriegen die Views und dann würde ich auch Geräte testen, die ich gar nicht testen will, die mich persönlich gar nicht so interessieren, aber weil ich weiß, dafür würde ich mehr verdienen, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein Mikrofon teste, das ist zum Beispiel das beste Beispiel, das Ding kostet 440 Euro und coolerweise habe ich es von SE überlassen, bekommen, weil ich es eben auch in weiteren Videos immer wieder zeige und so weiter ist im Prinzip für die Werbung, aber wäre das jetzt nicht der Fall gewesen, dann hätte ich mir die Mühe gemacht, das Mikrofon Tage, Wochen lang zu testen, in verschiedenen Videos, in verschiedenen Szenarien, mit Videodrehen und alle möglichen für, und das Video hat, das kann ich euch mal jetzt original sagen, einfach weil es noch ziemlich originell ist, ich meine aktuell, einen brutal erschlagen, einen schlechten View, also es ist eines der miesesten überhaupt, das ich seit Ewigkeiten gemacht habe, lasst mich das kurz finden, nur damit ich euch die exakten Werte, damit ihr mal seht, wie traurig das ist, wo ist das Ding, so, ja hier, 653 Views, ich kann euch auch sagen, was ich fett Kohle damit gemacht habe, und das ist natürlich nur immer eine Voreinschätzung von YouTube, der Umsatz liegt bei 24 Cent, und das sind US Dollar Cent, also das sind 15 Cent, dafür mehrere Stunden investiert, also deswegen könnt ihr vielleicht nachvollziehen, wenn ich dann so einen Test machen würde, dann müsst ihr was bei raus springen, und allein dieser Gedanke, dass ich dann entweder sage, ich will das Ding behalten, wobei davon hätte ich nichts, davon, weil das Ding werde ich hier behalten, das werde ich nicht verkaufen, mache ich kein Geld mit, dann müsste ich, aber ich werde auch kein Geld verlangen für einen Test, das kommt nicht in Frage, aber dann würde ich halt sagen, sowas teste nicht, mir hat der Test aber Spaß gemacht, mir macht das Nutzen des Dings Spaß, wie auch jetzt von anderen Dingen, zum Beispiel Mackie, Mackie hat auch keine 2000 Views gekriegt, das sind wahrscheinlich auch keine 2 Euro, was ich gekriegt habe, und eben so weiter und so fort, und viele andere Produkte, die mich persönlich halt reizen, zum Beispiel auch die Piega-Lautsprecher, die ich gerade da habe, die kosten 8000 Euro, ich bin mir sicher, dass das nicht viele Leute sehen werden, das Ding kriegt vielleicht 2.000, 3.000 Views, das sind vielleicht im besten Falle 5 Euro, und dafür allerdings, und für Lautsprecher-Tests lasse ich mir Monate Zeit, 3, 4 Monate, mein Wohnzimmer in Anspruch zu nehmen, mit eben anderen, allerdings auch das Ganze hin- und her-test, mit anderen Lautsprechern, mit anderen Verstärkern, das würde sich nie und nimmer auszahlen, dann müsste ich so einen Test in der Woche machen, einfach, dass ich schnellen Output habe, weil, es gibt Leute natürlich, die machen lange an einem Video rum, und das zahlt sich über lange Zeit aus, aber meine Videos, egal was ich mache, ich kriege das nicht hin, dass die viele Views kriegen, kriegen das nicht, deswegen lohnt sich das für mich nicht, und wenn, dann müsste ich eben viele Videos rausbringen, macht keinen Sinn, also, ich glaube, ich habe das Potenzial, nicht professionell zu gehen, wenn, dann bräuchte ich mindestens noch mal jemanden in der Hinterhand, gerade zum Beispiel für das B-Roll schneiden, der meine Videos ein bisschen aufpeppt, ein bisschen leichter anguckbar macht, der mir vielleicht schönere Thumbnails macht, wo ich nicht das Auge für habe, der vielleicht bessere Tags macht, für meine Videos, bessere Beschreibungen, vielleicht ein bisschen reißerische, irgendwie Titel und so weiter und so fort, dann eben der mit den Presseagenturen, mit den Vertrieben, ein bisschen anders redet, in dem man sagt, wenn wir das Ding testen, dann wollen wir das auch behalten, und dann würde ich eben mir das rausnehmen müssen, bestimmte Dinge in bestimmten Intervallen einfach mal zu verkaufen, einfach, dass ich irgendwie das Geld wieder wettnach, aber Produkte zu testen, wo ich in Euro 2 mitmache, und das ist es, und vor allem, das Hauptgeld, das ich momentan über YouTube mache, macht, das sind nicht die aktuellen Videos, das sind Videos, die sind zwei Jahre und älter, die ganzen aktuellen Videos, seit ich nur noch auf Deutsch umgestiegen bin, die würden mir wahrscheinlich keine 1-200 Euro reinbringen, einfach weil die von den Views so viel tiefer sind, und die ganzen alten, weil ich eben auch schon fast 2000 Videos habe, das Ganze summiert sich, und die werden deutlich mehr gesehen, weil ich habe gerade gestern mal mir die Mühe gemacht, oder war eher gelangweilt, und habe einfach mal die besser geviewten Videos angeguckt, und alle meine Videos mit 100.000 Views plus, sind alle mindestens 3 Jahre alt, meistens 4-5 sogar, damals wurde mein Content mehr geguckt, ob ich jetzt schlechter geworden bin, oder ich glaube eher, dass YouTube sich Content mäßig weiterentwickelt hat, ich habe auf der Stelle gestehen, also stehen gestanden, still gestanden, ihr wisst, was ich meine, bin. Das heißt, ich bin jetzt noch genauso gut, vielleicht ein bisschen besser, aber nicht im Verhältnis eben, wie ich es vor 5 Jahren war. Vor 5 Jahren hätte das, was ich jetzt mache, vielleicht wirklich gut geklappt, aber jetzt eine völlig übertrieben lange Antwort, die auch gar nichts mit der direkten Frage zu tun hatte, aber nein, YouTube ist nicht mein Hauptberuf, ich würde es nicht machen, aus wie schon genannten Gründen, weil ich dann ein bisschen meine eigene, wie heißt es, Integrität ein bisschen in Zweifel stellen würde, wobei ich eigentlich nicht glaube, das, aber da ich eben wahrscheinlich eher meine Integrität bewahren würde, würde ich es mir mit vielen Marken verscheißen, viel zu negative Tests machen, die nicht ankommen und so weiter und so fort, denn auch, wie schon vorher erwähnt, das habe ich übrigens vergessen auszuführen, wenn ich einen positiven Test mache und durch den positiven Test eben über Amazon deutlich mehr Geld verdienen kann, dann überlegt man sich halt vielleicht mal, ob man vielleicht kritischeren Begriff, in dem man sagt, das und das ist Schrott, vielleicht einfach umformuliert, denn das ist gar nicht mal so schlecht oder irgendwie sowas hinaus, aber ja, okay, bis zum nächsten Mal, bis zum, nichts mehr, ciao.